Ich begrüße euch zu meinem neuen Themenvideo aus der Reihe Denkmal drüber nach. Mein Name ist Jörg Schock und heute geht es um das Thema Lebensmittel. Wenn euch dieses Video gefällt, teilt es mit euren Freunden. Ich würde mich über einen Daumen hoch und ein Abo meines Kanals sehr freuen. Um kein Video zu verpassen, aktiviert einfach die Glocke. Kommentare und Diskussionen zu dem Thema sind ausdrücklich erwünscht. In der Überzeugung, dass jeder von euch Speisen und Getränke zu sich nimmt, ist dieses Thema wichtig für jeden. Schließlich ist es wichtig, dass unsere Gesundheit nicht gefährdet wird durch fragwürdige Lebensmittel, wenn wir uns ernähren. Genauso wenig will irgendjemand verarscht oder übervorteilt werden. Erstmal werdet ihr von der Lebensmittelindustrie betrogen, am laufenden Band. Ist euch mal aufgefallen, wie viel Luft ihr kauft? Wie viele Verpackungen mit Lebensmitteln, die ihr kauft, sind nicht vollständig gefüllt. Da meine ich nicht die polsternde Luft, zum Beispiel in Chipstüten, dass der Inhalt nicht zerbröselt oder beschädigt wird. Ich rede hier von großen Verpackungen, deren Größe ihr gewohnt seid, wo aus heiterem Himmel nicht mehr die gewohnte Menge abgefüllt wurde. Unbemerkt und versteckt ändert sich die Angabe des Gewichts, aber die Packungsgröße bleibt dieselbe. Alle schwafeln von Nachhaltigkeit, Umwelt und Klimaschutz. Da scheint aber seine Gültigkeit zu verlieren, wenn man euch für weniger Inhalt dasselbe Geld oder sogar mehr aus der Tasche ziehen kann. Wären die Nachhaltigkeitsziele ernst gemeint, würde bei kleinerem Inhalt auch eine kleinere Verpackung genutzt werden. Schließlich sind große Verpackungen umweltschädlicher als kleine. Ich halte ein solches Verhalten der Lebensmittelindustrie mehr als verwerflich. Fairerweise muss ich aber anmerken, dass es im Bereich der Hygieneartikel, Reinigungsmittel und jedweder Verbrauchsgüter nicht anders gehandhabt wird. Essen und Trinken müssen wir aber jeden Tag, was es bei Lebensmitteln viel schlimmer macht. Um Geld einzusparen in der Produktion, wird aber auch der Inhalt ständig schlechter. Es wird großspurig angegeben, man habe die Rezeptur verbessert. Aus Sicht der Lebensmittelproduzenten mag das auch stimmen. Die Änderung der Rezeptur verbessert die Gewinnspanne. Sie ist aber nicht in eurem Sinne. Schaut euch mal die Angaben der Inhalte, wie viele natürliche Inhaltsstoffe, damit meine ich Zutaten, die man auch in eurer Küche finden würde, wie viele davon durch Chemikalien, Aromen oder minderwertigen Inhaltsstoffen ausgetauscht wurden. Mir ist schon klar, dass der Vergleich schwerfällt, weil man oft die Behälter unterschiedlicher Produktionen nicht im Haus hat. Vergleicht aber mal, wenn ihr die Gelegenheit dazu bekommt. Achtet mal darauf. Was die Angaben der Inhalte angeht, kommt aber ein weiteres Problem auf uns zu. Nicht alle Inhaltsstoffe müssen angegeben werden. Das ist aus meiner Sicht, schon weil ich Lebensmittelallergiker bin, ein viel schwerwiegenderes Problem. Ich bin mit Sicherheit nicht der einzige Allergiker auf der Welt. Wenn auf Lebensmitteln nicht alles angegeben werden muss, was tatsächlich drin ist, und wenn es im Nanogrammbereich ist, bringt man viele Menschen in Gefahr. Leider wehrt sich die Lebensmittellobby erfolgreich dagegen, alles angeben zu müssen. Ich bin der Ansicht, dass in Regalen im Supermarkt nichts stehen sollte, deren Inhaltsstoffe unvollständig angegeben sind. Abgesehen von Allergien, die möglicherweise noch unbekannt sind, haben sich Lebensmittelunverträglichkeiten in den letzten Jahren breitgemacht. Hier will ich ein Beispiel geben. Die Zahl der Glutenunverträglichkeiten und Zöliakieerkrankungen ist in den letzten Jahren ständig gestiegen. Alternativprodukte kosten zumeist das Doppelte von den Artikeln, in denen Gluten enthalten ist. Soweit hat die Industrie wieder einen Vorteil vom Erkranken der Menschen. Was wäre aber, wenn diese Unverträglichkeiten, das Unwohlsein beim Essen von Brot, nicht auf ein medizinisches Problem zurückzuführen ist? In einigen Fällen mag es wirklich medizinisch begründet sein, aber die meisten Fälle, davon bin ich überzeugt, in den meisten Fällen liegt es an etwas anderem. Enzyme müssen, wenn sie beim Backen von Brot verwendet werden, nicht angegeben werden. Der Grund ist, weil Enzyme im Endprodukt nicht mehr enthalten bzw. nachweisbar sind. Diese Enzyme sorgen dafür, dass Brotteig nur wenige Stunden ziehen muss, um in den Ofen zu können. Gutes Brot bedarf aber ein bis zwei Tage Zeit, dass sich auch schädliche, natürliche Stoffe aus dem Mehl abgebaut haben. Auf Kosten unserer Gesundheit wird hier alles beschleunigt, um mehr Geld zu verdienen. Schließlich, Zeit ist Geld. Dieses Produkt wird dann von uns gegessen. Die Inhaltsstoffe werden uns nicht angegeben. Die Menschen werden krank. Seit ich mein Brot selber backe, habe ich dieses Unwohlsein beim Essen vom Brot nicht mehr. Ich kann jedem nur raten, so viel und so frisch wie möglich selber zu kochen und soweit es geht, auf fertige Lebensmittel zu verzichten. Kauft im Handel nur die Lebensmittel, die nicht mehr als drei Zutaten beinhalten, die nicht nach Lebensmittel, sondern nach Chemiebaukasten klingen. Kauft euer Fleisch, Obst und Gemüse auf dem Wochenmarkt, in einem Bauernladen oder bei einem entsprechenden Fachhändler. Ich weiß, es ist etwas teurer, aber es ist besser, als sich auf die Dauer selber zu vergiften. Backt euer Brot, wenn möglich, selber. Gekauftes Brot, leider mittlerweile auch aus Bäckereien, wurden mit Enzymen beschleunigt und machen krank. Fragt euren Bäcker, ob er Backmischungen verwendet oder traditionell backt. Backmischungen sind immer mit Enzymen versetzt. Ist die Antwort, dass Backmischungen oder Teiglinge verwendet werden, solltet ihr euch einen anderen Bäcker suchen oder wirklich selber backen. Versteht meine Appelle aus dem Video, aber bitte nicht falsch. Es ist kein Problem, um Zeit zu sparen, in Einzelfällen auch mal auf was Fertiges zurückzugreifen und dieses zu essen. Um gesund zu bleiben, sollte aber der Großteil eures Essens frisch sein. Aber wie seht ihr das? Sagt mir in den Kommentaren, ob ihr meine Ansichten teilt oder ob ihr anderer Ansicht seid. Ich würde mich freuen, mit euch über dieses Thema diskutieren zu können. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch sehr freuen. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Ich würde mich freuen, euch bei meinem nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Teilt das Video mit euren Freunden und Bekannten. Ihr könnt mir auch gerne auf Facebook, Telegram oder Twitter folgen. Euer Jörg Wenn ihr das Video bis hierhin verfolgt habt, werden euch die angebotenen Videos sicher sehr gefallen. Schaut auch gerne in die Playlist, wo ihr viele weitere Videos findet, um darüber nachzudenken. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren.